Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose. Hype, was geht? Tobi, wie du dir deinen Hut gerade aufnimmst, es sah halt wirklich aus wie eine Platte nur. Ich meine, man muss natürlich trotzdem Tobi mal beglückwünschen zum erfolgreichen Bestehen des Abiturs. Danke sehr. Ich meine, endlich habe ich das Abitur auch mal. Tobi hat jetzt die Grundschule abgeschlossen. Kindergarten ist jetzt auch durch. Ja. Haben die das nicht wirklich in den USA, dass die teilweise so nach dem Kindergarten oder so auch schon so Zeremonien haben? Keine Ahnung. Hast du das irgendwo bekommen? Also so sieht es auf jeden Fall gar nicht aus. Ja, mein Vater hat mir das geschenkt. Also ich habe es jetzt nicht in der Uni bekommen. Oder von der Uni bekommen. Ja, das hätte mich jetzt so gewundert. Einfach so eine Graduation-Zeremonie wie in Amerika an der Highschool oder so. Ich bin gespannt, wo alle so einen Hut bekommen. Wir sollen sogar noch so eine kleine Abschlussfeier haben, aber so unter Corona irgendwie mit so zwei Leuten pro. Also ich darf noch eine Person mitnehmen und so. Bin mal gespannt, ob das was wird und wie das wird. Ja, mal schauen. Entspannt. Ja, wie fühlt sich das denn an? Ja, also an die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ich habe diese Woche mein Kolloquium gehabt und damit meinen Bachelor abgeschlossen. Ich habe natürlich bestanden. Also, was heißt natürlich, ich habe bestanden. Und bin jetzt quasi Bachelor, auch wenn ich das Zeugnis noch nicht habe. Ich wurde schon mal ex-matrikuliert, auch wenn ich das Zeugnis nicht habe. Nee, fühlt sich gut an. Natürlich. Das war der Täuschungsversuch. Deshalb. Sorry, aber. Oh, da kriegst du leider kein Zeugnis mehr. Du wurdest schon hier ex-matrikuliert. RIP. Das ist halt bei der Bachelorarbeit abgeschrieben, ne? Ja. Kannst du revealen, was deine Endnote ist insgesamt? Nee, weil ich es selber nicht weiß. Ich schätze so irgendwie so 2-2 oder sowas. Kann ich dann nochmal ein Update geben. Entspannt. Siehst du ja richtig glücklich aus mit diesem Boot. Ja, ich glaube, wir haben heute in der Folge viel zu bereden. Könntest du aber auch ein wildes Outfit an, oder? Ja, ich habe hier, weil ich bin ja ein Messi-Fan, deswegen habe ich hier, warte. Ein PSG-Trikot. Genau, ein Barcelona-Trikot. Na, wilder Typ. Ja, es ist absolut wild. Ich verstehe auch immer noch nicht, weil das ist kein richtig offizielles Trikot, aber es ist auch kein gefälschtes Trikot, sondern es ist so ein, es gab es irgendwann mal anscheinend bei Aldi, glaube ich. Ah, ja. Weil da... Die allerechten Trikots bei Aldi. Ja, also das ist halt kein echtes Trikot, aber es ist halt einfach in so einem Barcelona-Shirt von Barcelona. Äh, ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist mein einziges... Mein einziger Fußball-Fan-Gegenstand, den ich besitze. Jetzt wirst du von Fanpost mit Fußball-Artikeln bombardiert. Das wäre sehr schön. Äh, wir müssen auch heute nochmal sagen, wir nehmen heute abends auf, beziehungsweise schon fast nachts. Ja, ist eigentlich schon in der Nacht, also... Premiere hier. Es ist auch sehr, sehr lange nicht mehr vorgekommen. Es ist schon fast Schlafenszeit. Ja, ich weiß auch ganz genau, dass ich in der Folge wahrscheinlich unglaublich überbelichtet aussehen werde. Ähm, aber ich wollte jetzt mal so diesen Vibe haben. Ich wollte diesen Vibe haben, dass halt alles ein bisschen dunkel ist und ich dann nur so von meinem, äh, von meinem Licht vorne angestrahlt werde, damit das einfach so diesen, diesen Nacht-Vibe hat. Weil wenn ich jetzt dieses große Licht anmachen würde, dann sähe das halt einfach irgendwie so aus, ja, der sitzt jetzt irgendwie abends oder so in seinem Zimmer. Und jetzt ist das so ein bisschen so, wisst du, was ich meine? Das ist so, so, boah, es ist, es ist eine Nacht. Nice. Genau. Sehr, sehr wild. Ich muss mich mal eben bei E-Mail gucken, ob ich mich Kolder anpassen kann. Äh, ich, ich merke schon heute, die Folge wird, äh. Nee, ich dachte dann so, bei Yannick ist es gleich hier wieder komplett im Schwarzen. Bei dem sieht man gleich gar nichts mehr wieder. Ja, das ist, wir bekommen einfach unser Licht nicht uniform hin. So, entweder, also Tobi ist ja sowieso immer im, im Licht-Game ziemlich vorne dabei, ne? Tobi immer alles perfekt ausgeleuchtet und sonst irgendwas. Ähm, bei Yannick meistens, keine Ahnung, es kommt das Licht irgendwie nur gefüllt vor. Von außen, durch das Fenster. Ja, true. Äh, ja, genau. Und ich sitze dann hier schon mit meinem Lichtring, der gefühlt auch, äh, in der Hälfte der Zeit irgendwie so gar nichts bringt. Äh, und heute leuchte ich, ich strahle einfach, also mein Gesicht ist einfach so hell. Ist einfach am Strahlen. Shining bright, bright like a diamond. Aber ich fahre mich auf, was Yannick jetzt macht, der geht irgendwie kacken oder was. Äh, wir sind jetzt heute zu zweit. Ja. Ich würde auch gerne jetzt hier mal, ähm, wir haben heute nämlich noch eine Ankündigung für, für, für unseren... Wir werden den Podcast in Zukunft zu zweit weiterführen. Ja, das ist jetzt aber schwierig, wenn Yannick halt weg ist. Ja, das Ding ist ja, wir können ja zu zweit sein, dass wir ohne Yannick in Zukunft weitermachen, so. Da können die Leute sich schon mal dran gewöhnen, Eindruck dafür kriegen, so. Ja, ist, ähm, also ich kann ja schon mal revealen, dass es nämlich Änderungen hier an diesem Podcast geben wird. Ja, hab ich ja grad schon gesagt. Ähm. Ich hab ja grad schon alles gesagt. Genau, wir haben Yannick jetzt rausgeworfen, also es war so lange nicht mehr. Ja, ich mein, Yannick ist einfach gegangen, ne? Da brauchen wir auch nicht viel raushärfen. Aber wie geht's dir generell so, Tobi? Ähm, mir geht's ganz gut. Ähm, ne, eigentlich geht's mir ziemlich gut tatsächlich. Ähm, ich hätte grad was im Kopf, was ich jetzt, äh, glaube ich, noch nicht, äh, liegen möchte. Aber, äh, insgesamt geht's mir sehr gut. Ähm, ich bin sehr froh, dass, äh, bald der Urlaub ansteht, dass ich meinen Bachelor geschafft habe. Alles gut am Laufen. Und, äh, ja, wie gesagt, nächster Woche Urlaub bin ich sehr hyped. Heute, guten Tag, ich hab gerade auf dem Geburtstag von meinem, äh, kleinen Bruder gewesen. War schön. Ich hab gerade versucht, äh, auch meinen Trikot hier anzuziehen. Ich dachte, du wolltest irgendwas mit dem Lied machen. Nein, nein, nein. Aber das ist, äh, ist mittlerweile viel zu klein. Ich wollte gerade sagen, hast du das jetzt gekauft, weil du meintest, ja, du hast kein Training gestört. Ne, das soll eigentlich angeblich, äh, gut, das ist XL für Alter 13 bis 15. Gut, das ist nicht ganz so lustig. Der Ben passt da bestimmt rein. Ja, kann sein. Ja, aber ich mein, äh, langsam müssen wir uns ja auch dann wieder neue T-Shirts holen, also von, von, äh, Paris. Ja, muss sein. Wobei, man muss halt sagen, PSG hat teilweise echt, äh, so schöne Trikots. Die haben auch teilweise so, so Air Jordan Trikots oder Jordan Trikots. Ja, aber trotzdem würde ich die halt nicht unterstützen, weil PSG halt einfach Schmutz ist. Hier ist schon, äh, auf jeden Fall wahr. Boah, aber die sehen schon cool aus teilweise. Ich muss sagen, ja, ich als, äh, Traditionsfan von, äh, Paris Saint-Germain muss ja sagen, ähm, wenn ich den Verein immer unterstütze, egal was kommen oder wolle. Also außer Messi geht halt vielleicht zu einem anderen Verein, aber, oder die gewinnen mal nicht irgendwas. Ja. Okay, ich, ich glaube, wir können jetzt hier unsere, ähm, unsere große Ankündigung raushauen. Deswegen alle mal bitte in die Kamera gucken und sehr, sehr interessiert. Ich will dem Yannick das überlassen, weil der Yannick, der wird ja von uns gehen, dann kann er das ruhig selber ankündigen. Genau, Yannick, worum, worum geht's denn hier mit der, mit der Ankündigung aus unserem Podcast? Ich sehe auch extra seriös aus für die Ankündigung heute. Ähm, und zwar haben wir uns dazu entschieden, ähm, anfangend mit der, ab, ab heute quasi, nur noch alle zwei Wochen eine Folge zu machen, um, äh, ja, zum einen unseren Urlaub überprüfen zu können, ne? Nein, das war schon unabhängig davon. Aber primär, um, 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 um Themen halt auch enger ansammeln zu können. Ne, weil wir halt gemerkt haben, dass in einer Woche jetzt nicht so viel passiert. Wir haben uns Gedanken gemacht. Und dann halt immer so eine, so eine, so eine vorige Lösung gefunden. Ja. Ähm, deswegen gibt's jetzt, äh, quasi weniger Podcast, aber, ne, wir müssen dann ja auch gucken, wenn wir nämlich alle zwei Wochen Podcast machen, könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht, äh, auch öfters mal ein bisschen länger gehen. Also, dass wir dann wahrscheinlich nicht immer so im, äh, Ein-Stunden-Format bleiben, sondern das vielleicht dann auch mal ein bisschen, äh, weiter ausreizen. Aber es hat sich auch in letzter Zeit einfach gezeigt, hey, so ist es zeitlich gesehen schwierig. Jeder hat so seinen eigenen Hustle, macht hier was, macht da was, so. Und es ist halt immer schwierig, so einen Aufnahmetermin zu finden. Ja. Und, äh, außerdem haben wir uns halt überlegt, dass wir vielleicht, ähm, auch mal wieder mehr, so qualitativ hochwertigere Folgen, äh, machen wollen. Also, wo, wo halt mehr Vorbereitungszeit irgendwie mit reinfließt und so. Und es ist halt sehr, sehr schwierig, wenn man dann wieder, äh, ne, jede Woche einen Podcast raushasselt. Und wir waren auch generell mit der Qualität teilweise nicht so hundertprozentig zufrieden. Ja, wir haben ja auch immer gesagt, äh, wenn Corona wieder ein bisschen runtergeht, dann haben wir ganz viel Content. Joa. Das ist ja nicht so gut geklappt. Ich, ich glaube einfach, äh, wir haben einfach dann nicht mehr so viel Zeit. Es ist aber, ja, also ich weiß nicht, es ist, äh, so nebenbei Arbeiten noch, dann Uni, dann noch, dann noch so Podcasts, gleichzeitig will man dann irgendwie noch was mit seinen Freunden machen, dann noch Sport. Es ist halt, es ist halt schon sehr, sehr sportlich, äh, gesehen. Und halt da immer irgendwie, äh, Clips zu schneiden oder so. Ich bin auch in letzter Zeit absolut gar nicht mehr dazu gekommen, irgendwelche Highlights oder so zu schneiden. So ist halt, äh, ist halt, äh, schwierig. Es ist einfach so schwierig. Ja, genau. Deswegen, äh, stell euch darauf ein, dass, äh, dass nächste Woche kein Podcast kommt und dann quasi erst die Woche da drauf wieder. Wo wir dann aber natürlich auch über unseren, äh, unseren sehr, sehr schönen, äh, Urlaub sprechen werden und dem, äh, dann ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist wahrscheinlich auch sehr lustig. Das ist wahrscheinlich das, das ist das Traurigste an dem Ganzen. Darüber zu reden, wie es passiert ist, also wie wir das war, wie es passiert ist. Das war der Urlaub. Okay. Ah. Aber wisst ihr, was heute auch noch auf dem Plan steht? Heute haben wir nämlich Folge 69. Lul. Was steht da auf dem Plan? Da muss ich jetzt aber, glaube ich, ein paar Zuschauer nochmal abholen, was das jetzt genau bedeutet. Mich auch. Äh. Und die Erklärung über, dass ich dir jetzt... Also 69 ist ein Code und bezieht sich, äh, auf, äh, Summer of 69. Ähm. Ist das nicht ein Song oder so? Ey, da muss ich jetzt mal eben nachgucken. Ja, das ist ein Song. Genau, das bezieht sich auf diesen Song und, äh, weil dieser Song halt so cool ist, ähm, und man irgendwo 69 hört oder liest, dann sagt man halt immer nice, weil der Song halt so nice ist. Ja. Mhm. Ja. Und wie wurdest du das jetzt thematisch noch bringen, Keuer? Äh, ich wollte das nochmal gesagt haben hier, im, ähm, Podcast. Ähm, aber apropos nice. Apropos nice. Ich war gestern, äh, auf einem Geburtstag. Und das war übelst nice. Hab ich, ähm, ja, Alkohol getrunken und das war ziemlich nice. Nein. Oh mein Gott. Ey, ich muss... Ey, das war, das war echt lustig. So, äh, weil, es war, der Call war so, ey, ne, so hier, anlässlich meines Geburtstags, ähm, träume ich jetzt alle meine Freunde irgendwie so ein bisschen in einem, äh, so Park zusammen. Und, äh, dann hat man sich da halt so hingesetzt. Manche Leute haben so, ähm, Picknickdecken mitgenommen. Saßen dann da halt so, ne, und, ähm, gab's halt so kleine, kleine Grüppchen und so. Und dann hab ich auch Leute mal wieder getroffen, die ich sehr, sehr lang nicht mehr gesehen habe. Ähm, war, war schon wirklich sehr, sehr nice. Und, es ist, es ist eine Sache passiert, mit der ich im Leben nicht gerechnet habe. Ich habe einen anderen Kolja getroffen. Ah. Wie ist das denn passiert? Das kann nicht sein. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber, äh, ich, ich stand da so, ne, hab mich unterhalten, dann hör ich auf einmal, dass ich, so mein Name, dass ich gerufen wurde, ne, und dann sag ich so, ja, ja, was ist denn los? Und er so, ja, ja, Kolja, komm mal her, ne. Dann bin ich so gekommen, also, ja, was ist denn los? Und er so, Kolja, dürfen wir dir vorstellen, Kolja. Da war ich so, ah, nein, das muss ein Fang sein. Ne, und dann, ne, hat sich herausgestellt, dass der andere Kolja, bis er auch noch nie in seinem Leben, einen anderen Kolja getroffen hat. Das war richtig, also, so ein richtiger, ihr seid ja quasi wie geschaffen füreinander. Ja, und dann haben wir uns da so drüber ausgetauscht, so, wie es sich, also, wie es sich so mit diesem Namen lebt, und, äh, haben dann natürlich auch, war dann direkt, ja, ja, und niemand kann den Namen so richtig aussprechen, am Anfang. Ich kann den bis heute nicht aussprechen. Er wird halt auch, äh, äh, naja, das stimmt, leider. Kolja. Wie sprichst du denn Kolja aus? Kolja. Bist du mit meiner Aussprache unzufrieden? Kolja. Bist du mit meiner Aussprache zufrieden? Äh, mach nochmal. Jetzt kann ich es nicht, wenn du, ah, Kolja, bist du mit meiner Aussprache zufrieden? Äh, ja. Aber ich muss sagen, Tobi, du hast es auch sehr gut drauf, äh, ich, ich glaube, das liegt aber generell in deiner Familie, äh, mich Kolja zu nennen. Ich? Beziehungsweise, nein, ja, ja, du auch so ein bisschen, aber ich glaube, deine ganze Familie, ähm, die kürzen das immer so ein bisschen ab und sagen dann so, Kolja. Also quasi, wo das Eltern so gar nicht mehr, äh, man muss halt auch irgendwie Tempo reinbringen, ne? Zeit ist Geld. Das ist halt so. Ja, das stimmt, das stimmt, aber es war sehr, sehr interessant, ähm, quasi mal so eine andere Perspektive zu bekommen, weil irgendwie fühlt man sich ja als, äh, als Kolja. Ganz alleine auf der Welt. Das ist ja schon irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal, ähm, und dann war es halt sehr, sehr interessant, auch mal zu erfahren, ähm, was, was der andere Kolja, was der Erfahrung gesammelt hat. und, äh, auch, wir haben mal verglichen, was so, äh, Spitznamen technisch abgeht. Und was geht bei dem ab? Und, ja, er wurde, glaube ich, also, war schon relativ ähnlich bei uns, so, was für, was für Spitznamen da bekommen sind. Was heißt denn ähnlich? Ähm, ich kann mich gerade nicht mehr ganz erinnern, ich glaube, mh, also die Sache ist, es hat sich herausgestellt, er kommt auch gar nicht aus Deutschland, sondern aus Belgien, deswegen ist das auch mit Spitznamen dann nochmal ein bisschen was anderes, weil dann auf einmal irgendwie, äh, alles französisch wird, ähm, aber es hat sich herausgestellt, dass, äh, er Kolja favorisiert als Spitznamen. Ist bei dir auch ein geläufiger Spitzname? Ja. Ja, Kolja, Alter, hat gedacht. Also, sagen wir es mal so, gehört habe ich den auch schon, ist jetzt nicht unbedingt so mein, mein Favorite, aber, ich habe das noch nie gehört, dass es sich immer so nennt. Kann ich mich drauf anlassen. Ja, ist, äh. Legit, aber den einzigen Spitznamen, den ich für dich kenne, ist Koloking. Äh, Cola. Ah ja, stimmt, ja, Cola. Cola, ja. Guck mal, da wird halt, da wird halt das J geskippt, da ist gewicht, lieber das J. Mache lieber Kolja. Kolja. Never no joke, das ist wirklich, Tobis Familie sind die einzigen Menschen, die das so machen. Okay. Das ist wild. Tja. Ja, das war auf jeden Fall, äh, war eine sehr, sehr lustige Erfahrung. Ähm. Iiiiih. Und wie lange er es heute ausgekatert hat. Sprechen wir nicht drüber. Ah, perfekt. Kolja ist immer noch nicht drüber hinweg. Ja, also sagen wir es mal so, ich, ich bin dann auch immer nicht getrunken. Oder generell, ich, ich bin so jemand, der sich viel zu über motivierten Wecker stellt. Also, so ich, ich leg mich dann ins Bett und bin so, ja, so in drei Stunden, ja, genau, so um neun Uhr aufstehen kann ich ja und dann weckt mich mein Wecker um neun Uhr und ich schlag den so halb tot, weil ich bin einfach so verpissig, ich schlaf jetzt so. Verpissig oder ich boxe dich um. Und dann die Sache ist, weil dann bin ich ja so leicht wach und ich weiß, hey, ich muss ja immer noch aufstehen, so, dann stelle ich mir halt noch einen Wecker, aber der ist dann halt wieder viel zu übermotiviert und ich bin da so, ja, in anderthalb Stunden bin ich, alles gut. Dann wache ich in anderthalb Stunden auf und bin so, ey, was soll er denn jetzt hier? Dann stelle ich mir halt noch einen Wecker in anderthalb Stunden und dann schläft man irgendwie gar nicht mehr gut. Ich habe aber das Gefühl, das kenne ich auch ohne Alkohol. Ja, da ist halt noch schlimmer dann. Bin ich sehr, sehr gut drin in dieser Sportart. Einfach Wecker stellen und dann sich denken, wenn man aufwacht, so einfach mal ich mir den Wecker gestillt. Aber ich bin auch aufgewacht und ich habe noch so leicht den Alkohol gespürt und das ist immer kein gutes Zeichen. Ja, dann weißt du schon, you're in for hell of a treat. Also da... Ich sag mal, wenn du nur leicht spürst, ist ja eigentlich okay. Am besten ist halt, wenn du aufwachst und den überhaupt nicht mehr spürst. Also mit Spüren meint Kohl ja auch wahrscheinlich eher, dass du noch merkst, dass du noch eingetrunken bist und nicht das irgendwie schlecht ist oder irgendwas. Deshalb das ist dann halt schon echt belastend. Ja, das ist wirklich die Königsdisziplin. Am Abend davor gut dabei zu sein und am nächsten Morgen ist einfach alles weg. Dann hast du durchgespürt. Das ist aber gar nicht... Ja, das ist halt wirklich... Ja, wovon? Von gestern? Ich habe ja nicht viel getrunken gestern. Das ist ich auch nicht. Ich habe nicht viel getrunken gestern, also habe ich auch nichts gemerkt. Tja. Hast du etwa was gemerkt von deinem einen Bacardi-Metz? Nö, aber ich hätte auch also gefühlt mit dem Auto nach Hause fahren können. Ja, wobei es war ja schon mehr als einer, aber ich habe jetzt trotzdem nichts gemerkt. Ich habe es durchgespielt. Maschine. Gut, aber ich war jetzt auch gestern nicht ganz dabei. Sagen wir es mal so, ich habe gestern, glaube ich, irgendwie zwei Liter Bier getrunken. Also das ist für mich ja schon gut. Dann habe ich aber noch hier das hört sich so dumm an, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe noch einen Jägermeister-Shot. Alter, kann ich, Junge. Da konnte der Kohl ja sich nicht mehr beherrschen. Ich habe noch einen Jägermeister-Shot und ich habe noch so eine Johnny Walker-Fertigmische. Ach so, ich habe gedacht eine Flasche. So ein kleines Ding getrunken. Vielleicht habe ich auch mehr Bier getrunken. Ich weiß es gerade nicht genau, aber das waren so ungefähr die Maße. Und ich muss sagen, so after-Corona-Form knallt das schon gut rein. Also quasi alles zusammen so auf den Abend verteilt ist da ist mein, also nicht, dass ich jetzt mein Limit erreicht hätte oder komplett vollends besorfen war. Nee, reicht nicht, drüber weggeschossen. Ich habe mich auch gar nicht so krass besoffen gefühlt oder so, aber ich habe halt schon gemerkt, so, ja, oh. Du hast ja auch mild von deinem Döner gepostet, ne? Ja, wirklich, no joke. Ey, aber ich glaube, Lütter hat geantwortet, der Döner sieht geil aus. Ich fand, der sah richtig räudig aus irgendwie. Der sah so komplett farblos aus. Ja, Bro, ich habe auch, ich habe, äh. Ja, ich fand, der war wahrscheinlich auch besoffen zu dem Zeug. Ja, also sagen wir es mal so, ich habe auch, das war jetzt ästhetisch kein richtig gutes Bild, sondern ich wollte einfach nur mitteilen, ey, das wäre ich besoffen. Ich wollte mitteilen, jo, ich bin besoffen, Jungs. E-Bims. Nein, nein, warte, warte. Ich bin keine 16 mehr, Tobi. So, was macht man nicht mehr. Sondern ich wollte, warte, ich wollte nur mitteilen, wie geil es einfach so ist, besoffenen Döner zu essen. Weil ich habe an dem Tag, ich habe gestern, äh, hatte ich so viel zu tun und so viele verschiedene Sachen und so. Da war halt einfach keine Zeit, um Döner zu essen. Ich bin gar nicht da richtig zugekommen, halt, äh, gestern viel zu essen. Daum hat es wahrscheinlich eher reingekickt. Irgendwas, äh, gesnackt. Ja, hm. So, deswegen, ich war halt wirklich, ich war so hungrig und dann einfach besoffen, so ein Döner, ey. Es war so, so köstlich. Also, ich sage aber mal, so besoffen ist halt alles, was du an Essen kriegst eigentlich. Ja, ist sogar so eine Fertigsuppe geil. Ja, da kannst du ja mit vieles, äh, verschlemmen und sagen, boah, das schmeckt richtig gut. So Instant-Dramen. Hm. Ja, aber wirklich, also, wer Knorr erlaubt hat, dass die so Instant-Dramen verkaufen, wirklich, äh, den, den sollte man bitte mal vor das internationale Kriegsgericht stellen. Du steckst dir die doch weg. Du supportest das Ganze. Ja, ist, der hat die, äh, zwei Ersatz-Knorr-Instant-Ramen, die ich eigentlich mal wieder zur Partybrille bringen wollte. Ah, leider, schon aufgekissen. Die haben den Abend, an dem ich die gekauft habe, nicht überlebt. Komm, man beschwert sich dadurch. Man kauft neue und steckt die direkt wieder weg. Ja, das ist es. Schmeckt scheiße erst mal aus. Ey, das muss man verbieten. Ah, und weg. Komm, der hat zu Hause ein Bier getrunken und dann war dann wieder komplett strahend und dann hat er sich gedacht, oh, oh, oh. Jetzt erst mal so eine geile, Portion Instant-Ramen. Ja. Ja, also es hat sich so zugetragen, dass ich halt, es war spät abends, so, ich hab noch ein bisschen für die Uni was gemacht. Hatte ich halt nicht, also ich hätte ja nochmal richtig dann kochen müssen. Da hab ich gedacht, ja, so Instant-Ramen, so, äh, kann man, kann man mal verzehren. Kann man mal eben kochen. Ja, es ist auch nicht nur bei einer Packung geblieben, sondern dann wurde auch direkt die zweite noch geplündert. Ich hab da ja schon cold davon erzählt, dass ich irgendwann auf Amazon mal im Angebot so eine, so eine ganze, so einen ganzen Träger von diesen Nissin-Cup-Nudels bestellt hab. Aber von zwei Sorten. Also hatte ich zwei dieser Träger. So freudig, ey. Und danach konnte ich erstmal diese Instant-Nudeln halt für sehr lange Zeit nicht mehr sehen. Aber es hat geschmeckt, muss man einfach mal sagen. Vor allem dafür, dass es halt so eine schnelle Mahlzeit ist. Habt ihr so Lebensmittel, die ihr, oder Gerichte oder so, die ihr früher richtig viel gegessen habt? Äh, und dann so zu viel gegessen habt? Also quasi so wie, wie Yannick mit den Instant-Ramen und jetzt einfach so gar nicht mehr esst? Ich hab so ein Gericht, was ich in den letzten Jahren viel gekocht hab. Also was ich jetzt immer noch esse so, aber irgendwie momentan nicht mehr so fühle. Aber sonst eigentlich nicht. Also Lebensmittel jetzt nicht. Mir fällt da jetzt auch gar nichts ein, tatsächlich. Wo ich jetzt wüsste. Außer natürlich die Instant-Ramen. Ich war früher so richtiger, ähm, Haferkeks und ähm, Milchreis-Enthusiast. Also ich hab mir halt immer so bei, bei unserem örtlichen Penny hab ich mir halt immer so, äh, wenn ich mal einkaufen war, dann hab ich mir wirklich direkt so vier, so, äh, ihr kennt ja diese Fertig-Milchreis-Dinger, ne? Also, ähm, da gibt's jetzt zum Beispiel von, von Müller oder so, glaub ich, äh, welche und dann hab ich mir halt immer die so richtig schön reingesnackt. Und immer so, keine Ahnung, zwei Stück auf einmal, äh, genauso wie Haferkekse. Ich hatte mal eine Zeit, hab ich unglaublich viele Haferkekse gegessen. Und mittlerweile, also ich ess auch noch gerne mal so ein Milchreis, Oder irgendwie ess mal irgendwo so ein, so ein Haferkeks. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich die oft kaufen. Ja, das, äh. Ja, ich muss halt sagen, also ich ess so Fertig-Zeugs-Und-So-Halt eigentlich gar nicht. Von daher hab ich da das Problem, so ein Milchreis, so ein Milchreis. dass ich da jetzt irgendwie zu viel von esse oder so. Flex. Weil ich einfach gar nichts davon esse. Ich hatte mal so eine, so eine Phase, wo ich so ganz viel Rinder-Bouillon getrunken habe. Selten. Mit einem Kollegen zusammen. Wo wir das dann auch mal nach dem Saufen und während des Saufens so gemacht haben, weil wir so bemerkt haben, boah, dann geht's uns, geht's uns aber voll gut. Danach. Dadurch, dass da so Salz und sowas alles drin ist. Das hat echt gut geklappt. Einfach während des Saufens links ein Bier und rechts ein Rinder-Bouillon. Geil. Ja, nein. Dann halt später, ne. Wenn der Abend schon fortgeschritten war oder sowas. Oder halt am Morgen. Aber kann ich jetzt auch nicht mehr richtig trinken. Da haben wir ja auch einen Kollegen, der herausgefunden hat, das Wurstwasser trinken. Mhm. Ne, warte. Einen Kollegen, genau. Fass das nicht auch, Janik? Nee, das war ein Kollege. Ne, Wurstwasser ist auch ein unbekannter Kollege. Ja, aber was meinst du jetzt für ein... Äh, du hast auch mal herausgefunden, dass Wurstwasser wäre schmackhaft. Beim Saufen gar nicht so schlecht ist. Und wenn du genug gesoffen hast, dann ist es gar nicht so schlecht. Dann geht's runter. Ja, wenn man danach dann... Nur, dass man halt danach eventuell gelben muss. Oder man schiebt dann ein paar Toffee-Fees hinterher, ne. Ja, halt so. Ah, Mann. Erstmal eine ganze Packung Toffee-Fee, let's go. Ey. Ja. Wenn man Hunger hat, ne, dann ist alles erlaubt. Ja, ey, das stimmt, aber... Also wirklich, wenn man so getrunken hat und dann einfach irgendwann so der Hunger hittet, ey, da isst man... Da wird man sich aber auch, glaube ich, selber so die Finger abessen, wenn die gut schmecken würden. Okay. Weißt du nicht. Vielleicht schmecken die auch übergut. Eben. Ja. Hast du noch nicht ausprobiert. Musst du dir mal... Musst du dir mal testweise den Finger abbeißen, ne? Ja. Hast ja zehn Stück, also von daher. Oder nimmst du einen C. Kannst du auch machen. Da sind wir wieder bei der Frage, würdest du dann lieber einen C oder einen Finger essen? Natürlich. Eigentlich müssten wir so Kategorien mal wieder einführen. Das war echt geil. Einfach immer so Fragen, ne? Ja, aber no joke, ich saß wirklich hinterher so im Zug und ich saß dann das mit meinem Döner und ich war... Also ich glaube, wenn du mich von außen betrachtet so gefilmt hättest oder dir das angeguckt hättest, hätte ich nur so gedacht, ey, der Typ ist einfach komplett fertig. Ich glaube, das kannst du aber 24-7 sagen, wenn man dich von außen betrachtet. Tja, vielleicht. Dafür bräuchte ich meine eigene Reality-Show, um das herauszuholen. Wenn Kolder da im Bus sitzt und die Leute so sehen, dass er übel glücklich ist, weil er Bus fahren darf. Endlich wieder im Bus sitzen. Dass mir da so richtig einer abgeht, ne? Okay. Let's go. Ja, Nico, was hast du denn diese Woche erlebt? Ja, ich habe richtig viel erlebt. Ich habe tatsächlich gar nicht viel erlebt. Aber das für mich Interessanteste, was ich diese Woche erlebt habe und das Abwechslungsreichste war, dass ich das erste Mal mit euch Fußballspielen gegangen bin. Klebs. Stimmt, da war ja was. Stark. Das hat schon Bock gemacht. Da habe ich auch in Zukunft ordentlich Bock drauf. Sehr gut. So wollen wir das hören. Deshalb habe ich ja erstmal reingestellt. Ja, ich habe heute schon anprobiert. Also die Schuhe passen. Top. Sehr gut. Hast du jetzt Fußballschuhe bestellt? Ja, ich bin auch schon ein bisschen damit rumgelaufen. Und ich muss sagen, mit Stollen finde ich gar nicht mal so unangenehm. Ja, morgen Fußball spielen, ne? Mhm. Ja, morgen keine Zeit. Morgen keine Zeit. Ich bin vom Arzt krank erschrieben. Ich habe mir auch mal, weil sie günstig waren, hier Torwarthandschuhe bestellt. Und ich muss sagen, die waren, also die sind wirklich ultra komfortabel. also die sind, ich weiß nicht, ob ich schon mal je so angenehme Handschuhe hatte. Jannik sitzt nur noch mit Handschuhen am PC und tippt da. Ja gut. Tippi war das Gefühl drei Tasten gleichzeitig oder so. Also war das jetzt ironisch oder nicht ironisch? Ne, die sind übel angenehm. Sehr gut. Die passen gut und die sind übel angenehm. Also ich muss aber auch mal, ich muss wirklich mal hier sagen, das wöchentliche Fußballspielen, ey, das ist wirklich so, so nice. Es macht wirklich Ich kann halt immer eineinhalb Tage danach nicht laufen, aber sonst ist gut. Ja, das habe ich, ich habe heute auch immer noch Muskelkater, also von daher. Ja, das erste Mal ist immer, ist immer brutal. Ja, aber ich hoffe, das legt sich dann. Total brutal. Aber ich, ich sehe mich da auf jeden Fall. Na, top. Ich kann es kaum erwarten, dass der nächste Donnerstag kommt. Und da fällt auch das 2 zu 1 für Dresden. in dem Moment. Wie lief es eigentlich mit deinen Klausuren hier? Ja, bei mir. Ja, gut. Da bin ich ja erst mal durch. Du hast schon Benotungen erhalten. Da bist du ja nur eine. Und? 2,7. Kann ich jetzt einfach nur sagen, ist eine übelstelle Biele Note. Habe ich eben gesagt, dass ich 2,7 in der Bachelor-Wert habe? Ne, ne? Ich habe eine 2,7 in der Bachelor-Wert. Ne, du hast nur gesagt, dass du schätzungsweise insgesamt bist. da meine ich. Ja, deshalb, die 2,7 kannst du nicht flamen, Tobi. Sonst hätte ich es immer machen können, aber jetzt stimmt. Tobi hat keinen Flame-Pass. Der darf das nicht. Nö, nö. Nö. Wer ist das nochmal bei James Bond? James Bond hat doch die Erlaubnis zum Töten. Lizenz zum Töten. Tobi hat heute keine Lizenz zum Flame. Nö. Die wurde dem Tobi entzogen. Boah. Guck mal, Tobi versteckt auch mit seinem Hut hier, seine Glatze. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, dass ich nicht weiß, was ich für einen Durchschnitt habe. Ich weiß es doch. Und? Überraschend gut. Ich habe einen 2,0er Durchschnitt. Oh. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich eine 1 vom Komma haben wollte. Das war jetzt knapp, aber, ja. Wie viel zählt bei dir die Bachelorarbeit mit? Also, wir kriegen ja pro Semester eigentlich 30 Credits und das waren jetzt 12 Credits. Also, so, ja. Kann man sich ausrechnen. Knapp die Hälfte vom Semester. Ich glaube, das ist bei uns irgendwie auch ähnlich. Ja, natürlich. 2,0. Kann man mit leben. So, kann man nur kann man nur gratulieren. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Muchos gratios. Gratios. Also, wirklich, wenn ich mir Tobi angucke, ich kann mir nicht vorstellen, dass Tobi gerade irgendwie nüchtern ist. Also, ich glaube, Tobi hat wirklich vor dem Podcast anlässlich des Geburtstags hat Tobi, glaube ich, auch gerade den einen oder anderen Sekt getrunken. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht getrunken. Nein, ich bin tatsächlich komplett nüchtern. Ich bin einfach gut gelaunt. Wie du da mit deinem Hut sitzt. Ja. Unglaublich. Ja. Nicole, du musst uns noch was berichten. Du bist uns noch was schuldig. Was denn? Weißt du nicht, etwa? Ach so. Ah, Picknick. Let's go. Wir kommen zu meinem Werbesegment hier. Diese Folge ist leider nicht unterstützt von Picknick, unserem Werbepartner für diese Episode. Es war so spontan, weil ich habe ab und zu, ich habe ja vor, ich weiß nicht, ich glaube, zwei oder drei Monaten sogar, haben wir über Picknick gesprochen. Also, das liegt schon gut, weiß ich nicht, zehn Folgen oder so zurück. Und da habe ich mich dann ja mal angemeldet. War ja dann in einer Wartesauce. Warteschlange. Und habe dann da schön Wartespaßgeschenke abgesahnt, weil ich halt so lange warten musste, bis die mich freigeschaltet haben. Was hast du denn alles abgesahnt? Ich habe ein Brot abgesahnt, also wirklich so ein ganzes Brotlaib. keine Ahnung, war, glaube ich, 750 Gramm oder so. Hat auch vorzüglich gemundet, dieses Brot. Dann habe ich auch noch eine Biomilch dazu bekommen. Eine Prinzenrolle. Was habe ich noch? Ah, Bananen. Ich habe so einen ganzen... Bananen immer gut. Eine Bananen, sagt man Staude? Bananenstaude. Wobei Staude ist, glaube ich, sehr groß. Ja, so ein paar Bananen halt. Ich habe noch irgendwas bekommen. Ich weiß aber gerade, kann ich mir was... war ein bunter Mix auf jeden Fall. Ungefähr das. Ja, es kam aber sehr, 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 sehr überraschend, weil ich hatte noch die Tage geguckt. Da war ich irgendwo auf Position, weiß ich nicht, 600 oder so von der Warteschlange. Dann bin ich am Dienstag, glaube ich, von der Arbeit nach Haus gefahren und bekomme eine E-Mail. Und dann, ja, von wegen, ja, da wurde es freigeschaltet, für Picknick. Dann habe ich natürlich auch direkt erst mal geguckt, was die da so für ein Angebot haben und wie viel das überhaupt kostet, weil das kann man ja gar nicht einsehen, wenn man nicht, wenn man nicht da, wo sie so drin ist, in deren System. Muss ja erst mal drin im Game sein. Ja, dann habe ich natürlich erst mal alles verglichen und ich muss sagen, von den Preisen her, perfekt, mir fällt auch gerade ein, dass ich das nochmal mit... Flink? Hier mit... Flink? Wie heißt es denn bei der Getränke? Ach so, nee, das ist... Flaschenpost. Ja, genau, ich wollte es ja mit Flaschenpost vergleichen, da habe ich auch komplett im Einfahrt des Gefechtes vergessen. Wieder gut vorbereitet, ne? Ich bin enttäuscht. Aber die Preise, also die Preise sind so ein bisschen... Bei manchen, also die haben, ich weiß gar nicht, ob die mit Edeka irgendwie zusammenarbeiten oder ob das Edeka einfach gehört, aber die haben halt sehr, sehr viele gut und günstige Produkte, die ja, glaube ich, von, von, für Edeka irgendwie sowas sind. Äh, und, also auf manchen Produkten, stand halt auch wirklich drauf, so, ja, dass die für Edeka halt hergestellt werden, oder hergestellt wurden. Das fand ich sehr merkwürdig. Also manche Produkte, so Basic-Sachen, bezahlt man jetzt halt nicht viel dafür, ne? Das ist wirklich einfach so, weiß ich nicht, Aldi, Aldi... Man hat auch keine Liefergebühr, ne? Nein. Mhm. Und bei anderen Sachen bezahlt man halt mehr, also das ist teilweise schon so, so Rewe-Preise oder teilweise sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, aber das sind halt auch so wirklich spezielle Sachen. äh, und das Angebot, ich war auch erstaunt, als ich dann herausgefunden habe, auch nachdem ich bestellt habe, irgendwann, dass das Angebot viel, viel größer ist. Ähm, ja, also es war aber sehr, 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 äh, cool, das mal auszuprobieren. Und dann bestellt man halt so, muss halt, glaube ich, äh, 35 Euro oder so Mindestbestellwert erreichen. Und dann kannst du halt auswählen, an welchem Tag das geliefert werden soll, dein, äh, dein Einkauf. Ähm, bezahlen muss man erst, nachdem man das bekommen hat, und das, äh, läuft über Bankeinzug, äh, was auch sehr, sehr praktisch ist. Und dann kam, also ich hab das dann für Mittwoch, äh, bestellt. Die haben auch, weil die, also das ist halt nicht so, wie wenn du ein Paket oder so bestellst, dass dann quasi da so ein Auto einmal durch die ganze Stadt fährt, und dann von links nach rechts und oben nach unten so fährt, sondern die fahren halt einmal so eine, so eine Route ab. Und, ähm, liefern dann halt an jede Person, die auf der Route da liegt. Äh, deswegen haben die nicht so, also man kann jetzt nicht so komplett spontan mit den Zeiten sein, sondern die geben einem dann irgendwie für jeden Tag so ein, zwei Zeiträume, äh, vor. Und dann ist da halt so, ja, möchtest du jetzt irgendwie Mittwoch von 17 bis 18 Uhr oder Donnerstag von 19 bis 20 Uhr oder so die Sachen bekommen. Ja, und dann am Mittwochnachmittag kam dann da dieses, dieser kleine Wagen angefahren. Und, äh, ich hab dann halt meine, meine ganzen Sachen bekommen. Und mit der Übergabe zufrieden. Ja. Weil er geht jetzt nicht mehr einkaufen. Nochmal. Nein. Nein, nein, so ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, ähm, aber es war halt irgendwie sehr, sehr cool, einfach so Sachen so nach Hause geliefert zu bekommen. Ähm, was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die halt einem das alles so in Tüten geben. Und weil das halt auch in diesen Wagen, in diesen Fächern, Fächern, drin ist, ähm, ich hab auch, glaub ich, irgendwie zwei, so, so, äh, so Butter-Gemüse-Mischungen gekauft. Ähm, weil mein Vater... So eingefroren oder was, so TK-Ware? Ja, ja, genau. Weil mein Vater isst die, äh, sehr, sehr gerne. Und hab ich halt, schmeckt auch. Ich hab halt generell irgendwie für alle so ein bisschen was mitbestellt. Ähm, und die kamen halt quasi so, ne, zwei so, so kleine Boxen, die kamen dann halt extra in so einer, in so einer Plastiktüte, ähm, weil die halt aus einem bestimmten Fach kamen und, äh, die ja, ne, tiefgefroren sind und dann halt nicht andere Sachen, äh, so feucht machen sollen. Ähm, aber ich fand's ganz cool, weil der, der da gekommen ist, dieser Fahrrad, der hat mir dann halt auch so ein bisschen erklärt und hat dann gefragt, ob ich irgendwelche Fragen oder so hab. Und, ähm, diese Plastiktüten, die die einem geben, nehmen die dann, also die kannst du beim nächsten Mal, wenn die kommen, kannst du denen die halt einfach wieder mitgeben und die recyceln die dann, zum Beispiel. Und du kannst denen halt auch Pfand geben, was dann auf deinen Einkauf angerechnet wird. Das ist natürlich, also die übernehmen halt wirklich so voll einen Rundum-Service. Also das ist so eine gute Customer. Experience. Ja. Sehr schön. Das heißt, wenn du jetzt mal zu faul bist, Einzug kaufen oder so, oder du keine Zeit mehr dazu hast, selber einkaufen zu gehen, dann würdest du das auf jeden Fall in Betrag ziehen, dich davon wirklich regelmäßig beliefern zu lassen. Äh, ja, aber, also die Sache ist, meistens stellt man ja dann erst, ähm, relativ spontan fest, dass man keine Zeit hat. Also ich mein, du weißt natürlich so, ja, morgen wird irgendwie ein stressiger Tag oder so, ich hab viel zu tun. Äh, gut, aber, ne, meistens ist das dann ja, quasi, sieht man dann erst spontan, dass es dann vielleicht doch nicht richtig klappt. So, und dann kommen wir dann auch zum nächsten Step. Als nächstes wird erstmal Flink getestet, Koja. Wir haben gestern recherchiert, weil Koja liefert auch Flink. Flink ist ja, äh, großer Gorillas, äh, Konkurrent. Die liefern, glaube ich, auch innerhalb von 15 Minuten. Ja, ich glaube sogar 10. 10 ist überhart, oder? Ja, aber, da will ich auch einen Erfahrungsbericht hören, spätestens in vier Wochen. Ja. Ne, ich hab da ja mal irgendeine Adresse in Oberhausen probiert und da stand dann auch irgendwie 13 Minuten oder so auch an dieser Adresse die Lieferung. Schon krass. Auch. Jo, Koja, ne? Die 10 Minuten. 13 Minuten hast du da. Ähm, ja, also guck mal, das, also, ich glaube, Picknick versucht halt wirklich so dieses, ähm, das so weekly einkaufsmäßig zu übernehmen. Also, dass die halt so sagen, hey, ne, du kannst halt quasi immer bei uns so, äh, äh, quasi so deinen Wocheneinkauf machen, so, dann musst du das halt nicht machen, ne, da sparst du Zeit. Und dann, wir nehmen halt auch Fun mit und sowas. Äh, und wir können dir halt alles liefern. Und ich glaube, Flink ist auch mehr so auf der Seite, dass die halt so sagen, ey, wenn du spontan, weiß ich nicht, Freitagabend irgendwas brauchst, dann hast du gar keine Zeit oder du möchtest halt ganz schnell irgendwas haben. So, dann, dann callst du halt uns, ne, bestellst bei uns sowas und dann kommt das halt so richtig schnell. Das ist ja eigentlich das, was du eben meintest. So von wegen Spontanität, nach der Arbeit oder so. Ja. Oder einfach, guck mal, im Händchen, du bist gerade so auf dem Nachhauseweg, sitzt gerade noch schön im Bus, genießt das Leben im Bus und dann weißt du, yo, ich steig jetzt gleich aus, ich bestell mir jetzt mal kurz Flink und dann ist er einfach gleichzeitig mit zu Hause und hast direkt alles da, ohne, hm, Zeitaufwand zu haben. Ich, ich habe auch festgestellt, dass die halt mit, mit so Fahrrädern, also, dass die so, so Fahrradbogen haben. Da war ich auch, ja, ja, da war ich ziemlich erstaunt. Ey, das ist, das ist günstiger, ne? Ist wahrscheinlich schwer zu finanzieren, oder? Jo, die werden das sehen mit 10 Minuten. Äh, ja, also im Vergleich, wenn man jetzt mit dem Auto liefern würde. Stimmt, jetzt wurde ich mir, gerade so ein Bild angeguckt. So, vor allem bist du halt mit dem, mit dem Fahrrad bist du halt auch flexibler. so, ist, da ist halt kein Stau, so wirklich. Jetzt habe ich mir gerade ein, vielen Stellen. Jetzt habe ich mir gerade ein Bild angeguckt, habe ich, weil letztens auch mal in Heidelberg, und da, also da, da hat Gorillas geliefert, und die waren auch mal mit dem Fahrrad unterwegs. Ich glaube, aber auch gerade in Großstädten ist das halt auch einfach, äh, ja, teilweise auch einfach schneller als beim Auto. Tobi, da hättest du halt wirklich in Heidelberg Chance nutzen müssen, hättest du einfach sogar beides ausprobieren können. Einfach, ich lasse kurz ins Hotel bestellen, chillig. Ja, ist doch, Ja. Aber ich, guck mal, die Sache ist auch, glaube ich, ich habe das Gefühl, weil die halt eben mit Fahrrad unterwegs sind, ähm, ist es dann nicht so, dass du halt so einen riesigen Einkauf bei denen vielleicht machen kannst. Aber die kommen auch mit zwei Fahrern, wenn du vier bestellst. Also zumindest bei Gorillas. Also da ist alles offen. Ja, wirklich. Ist das jetzt for real? Ja gut, aber, das ist ja geil, ey. Ja, aber ich glaube, wie der auch schon sagte, das sind so zwei verschiedene Anwendungsfälle, also wenn du bei Gorillas wirklich nur so spontan machst, oder bei Flink jetzt, ich glaube, die haben ja auch ein geringeres Angebot. Dann hast du ja in den meisten Fällen auch immer nur so, ja. Ich weiß nicht, wie das preisrechnisch ist, aber, ich glaube, also so Gorillas und Flink haben wahrscheinlich auch auf jeden Fall ein geringeres Angebot, wobei du, glaube ich, auch schon, äh, vieles so auch kriegst, wenn du jetzt nicht jemanden eine bestimmte Marke haben willst oder so. Aber da warten wir jetzt auf den Erfahrungsbericht von Keuer dann. Es, äh, zeigt sich ja auch in der Werbung alleine, ähm, was quasi für, für, also was jetzt für was sein soll, weil, äh, die Werbung von Flink ist ja quasi, ähm, da, da, da zeigen dann erstmal so, ja, von wegen, was du haben möchtest und dann sind da irgendwie keine noch Süßigkeiten, Kondome und, äh, noch irgendwas. So und bei, ich glaube, Picknick, die sind ja also, ey, du kannst, bei uns Äpfel kaufen, ey, du kannst bei uns, du kannst bei uns Backfahren kaufen und sowas, ne, ist ja, ja, komplett, äh, unterschiedlich. Ach ja, und was ich, was ich noch echt cool finde ist, ähm, also ich habe auch so ein kleines Buch bekommen, zu, zu meiner ersten Bestellung von Picknick, wo halt nochmal so ein bisschen erklärt wird, äh, so wie das alles funktioniert und so. Ähm, zum einen sind die Wagen von denen, ähm, elektrisch, mhm, diese, diese kleinen Flitzer. Finden wir nochmal oben. Äh, das finde ich ganz cool. Und zum anderen, die beziehen Produkte halt auch, äh, immer so lokal. Also das heißt, die, äh, das Brot oder so, das kommt halt von so einem lokalen Bäcker. Also wahrscheinlich halt so Backgroßhandel oder sowas. Wie war denn das Brot? War das wirklich so, so Bäckerqualität oder so, so Penny, äh, Selbstbedienungsregalqualität? So Aufpackqualität halt. Ich hab, ich hab so lang, glaub ich, nicht mehr bei einem, bei einem Bäcker jetzt so richtig Brot gekauft. Was ist denn überdurchschnittlich? Mh, nö. Ja, also es, es war jetzt nicht halt so, ich, ich würde sagen, es war, es war schon, schon ein kleines Stückchen besser, als wenn du jetzt im Aldi, halt so eine, so ein, so ein Brot einfach aus dem Regal nimmst. Ähm, man hat halt auch gemerkt, dass es relativ frisch ist. Also, die Sache ist, wenn du halt Sachen bestellst für den nächsten Tag, also du kannst halt bis 22 Uhr immer für den nächsten Tag bestellen, ähm, die gehen dann halt hin und kaufen dann die Sachen. Und, also weißt du so, das ist halt nicht, dass die da jetzt so ein riesiges Lager haben oder, ja, wir haben hier noch 50.000 Brote, so, die müssen wir in den nächsten Tagen keine Ahnung verbrauchen, sondern die gehen dann halt zu dem Backgroßhandel und, äh, kaufen dann halt für dich Brot ein. So. Wir machen dann Backelbackelkuchen. Genau. Nee, okay. Aber, du bist zufrieden. Ja, ich bin wie ich, also ich bin auf Flink gespannt. Musst du für uns testen. Musst du ein Video mit Tobi drüber machen. Ja, wenn wenigen, wenn es nicht kommen. Ja, also no joke, das mach ich vielleicht mal irgendwann, wenn ich wirklich, äh, ja, ey, in vier Wochen musst du berichten, über nächste Folge. Ich bin jetzt noch nicht so ganz, äh, ey, Junge. Ey, das würde ich doch als erstes auschecken, das ist doch übelst geil eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie da so Lieferzeiten, wie da so die Lieferzeiten sind, also ob die jetzt auch so mitten in der Nacht liefern gefühlt, oder? Also, sagen wir es mal so, ich habe gestern, glaube ich, um 20 Uhr noch einen Fahrer von denen gesehen. Deswegen weiß ich auch, dass das, äh, dass das nur, ähm, so so Fahrergruppen sind. ich meine hier auf der Webseite, ähm, stellen die auch direkt hier so ein Eis aus, so Chips, ein Wasser, ein Bier, also ist dann halt schon so eher diese, das ist so Feierabend, keinen Bock mehr jetzt irgendwo hinzugehen oder so. Wobei, die schreiben, die haben eine riesige Auswahl. Ja, dann installiere ich halt die App von denen. Ja, mach eben. Ja, wirklich. Gönn dir. Ich will wissen, wie das ist. Ihr seht mich dann gleich. Wir müssen ja die Erfahrung schon haben, äh, wenn das bei uns, äh, auch verfügbar ist. In 15 Jahren dann. Ja, ich hoffe mal, dass wir das gleiche Liefergebiet haben, Tobi. Ja. Dass es bei uns beiden dann gleichzeitig ist, weil sonst bin ich mehr, wenn du das zuerst bekommst. Nee, also wenn dann kommst du das zuerst. Ich frage mich halt wirklich, das finde ich hier gerade nicht, ähm, in welchen Zeitfenst du denn die so liefern? Hm. Okay. Tja, das Flink liefert für 1,80 Euro. Flink glaube ich von 8, ich glaube Flink liefert von 8 bis 0 Uhr. Ja, aber Flink liefert 1,80 Euro pro E-Bike. Also wenn du da ein bisschen mehr bestellst, dann musst du auch doppelt zahlen. Wie viel bezahlen? 1,80 Euro pro E-Bike. Also sind das jetzt einfach nur die, das sind quasi die Liefergebühren? Genau, ja. Krass. Frisch und fertig? Hä, aber krass. Die haben hier sogar eigentlich genau den Fall, den ich eben meinte, äh, beschrieben, wenn du so auf dem Heimweg bist und dann keinen Bock mehr hast. Mensch, ey. Das ist egal. Irgendwann könnte man nicht arbeiten für die. Das ist ja ein Edge-Case wirklich. Aber, äh. Ich werde mir jetzt fahre. Krass. Ey, also no joke, das ist halt aber wirklich so zwei verschiedene Anwendungs, äh, Anwendungs-Sachen. Ich bin gerade ein bisschen davon, ähm. Ey, aber cool, ich glaube, du müsstest sogar jetzt gleich noch bestellen können, weil die, hier steht auf jeden Fall, äh, nach 22 Uhr, Samstags liefern die immer noch. Ja, wie gesagt, also ich meine, dass Flink von 8 bis 0 Uhr liefert. Theoretisch. Krass. Ähm, jo. So, das wurde mir zumindest der Flink-App angezeigt. Montag bis Donnerstag 8 bis 23 Uhr und Freitag bis Samstag 8 bis 9 Uhr. Ey, schon cool. Ich, ich find's aber krass, du, du musst dich halt nicht mal irgendwie einloggen, sondern ich hab jetzt hier mein, äh, Hast du schon bestellt? Nee, hier steht aber auch 13 Minuten. Koller hat schon ein paar, äh, Instant-Ramen bestellt. Ey, weil Koller hat gleich Hunger. Ja, ich mein, wenn du so Hunger hast, Koller, dann ist das halt schneller als Lieferando, ne, wenn du dir so, da irgendwie so Fertigsachen holst oder sowas. Ey, hier mag ich 5 Minuten, Terrine, Kartoffelbrei, Röstzwiebelnett. Boah. Ah, Jungjum, ja, 50 Cent, let's go. Ja, da, das Mindestbestellwert, aber. Äh, da musst du, glaub ich, Tobi, hast du da irgendwelche Infos? Äh, hab ich, glaub ich, nix zu gelesen. Ich regiere, ein Euro. Bitburger Premium Mindestbestellwert ist ein Euro. Ein Euro Mindestbestellwert? Ach du Scheiße. bestellt der Köln gleich 100 für 3 Euro. Ja gut, aber Liefergebühr ist halt 1 Euro 80. Muss man dann überlegen. Also die Liefergebühr ist halt falsch. Ich mein, 1 Euro 80 kannst du ja auch nicht beschweren, ne? Aber, ey, wenn die in 13 Minuten kommen, mit deinen Sachen, ey, von 1 Euro 80, das ist halt schon wild. Let's go. Okay, bestellen wir jetzt und dann am Ende vom Podcast, okay, wird knapp, aber. Nehmen wir einfach wirklich 1 Euro Mindestbestellwert. Und dann beenden wir den Podcast in dem Moment, wo der Fahrer klingelt. Da haben wir ja schon wieder überlängert, finde ich nicht gut. Dieser Podcast endet, wenn der Flink... Boah, sehr starkes Video. Müssen wir für die nächste Folge machen. Krass. Ja, halt. Ich bin ja auch knapp angebunden. So, knapper Typ. Ey, ich find's aber, also ich find diesen, diesen Infrastrukturunterschied, find ich interessant. also, dass du dich bei Flink nicht anmelden musst und so. Bei Picknick ist auch echt umständlich irgendwie, ne? Ja, bei Picknick, ey, die musst du alles angeben. Ja, wenn Picknick halt aber auch darauf ausgelegt ist, so regelmäßig einzukaufen, dann willst du ja auch eher so ein Kundenkonto haben, wo du quasi deine vergangenen Bestellungen einsehen kannst und auch einrichten kannst, wann du was bekommst. Und bei Flink, wenn du halt wirklich so sagst, du willst jetzt das und das haben, dann ist es halt so ein bisschen Zwangloser irgendwie. Die schicken dir halt auch immer dann so den, bei Picknick, den Einkaufsbon quasi. Nochmal dann extra per E-Mail so. Dann bekommst du in der App auch nochmal so eine Anzeige, wo du dir genau angucken kannst, was du bestellt hast und so. Gute alte Bonpflicht. Ey, imagine du bestellst so bei Flink und dann so, ja, wollen sie noch den Bon dazu haben? Ja. Wollen, haben sie Parall-Karte vielleicht noch? Deutschland-Karte oder wie heißt? Nee, nicht da. Oder heißt sie so? Habt ihr, habt ihr eine Payback-Karte? Nee. Ich hab echt mal überlegt. Ich hab tatsächlich eine Payback-Karte, aber also ich hab auch eine Payback-Browser-Extension, wo ich halt auf gewissen Seiten halt Payback-Punkte sammle. So, als irgendwann mal, als ich mir die Payback-Karte geholt hab, hab ich mir diese Extension installiert. So, aber ich glaube tatsächlich hab ich irgendwie bisher nur bei Lieferando Payback-Punkte gesammelt oder so. Weil, aber manchmal, aber ganz wild ist bei dieser Extension auch, wenn man so zum Beispiel auf Amazon geht oder so, oder? Nee, auf Netflix. Wenn man auf Netflix geht, dann sagt diese Extension dir so, du kannst auf Netflix keine Payback-Punkte sammeln, geh doch zu Maxtome. So, da kannst du Payback-Punkte sammeln. Stark. Will ich direkt ins Denzernieren. Chillig, chillig, chillig. Übrig, geile Alternative. Maxtome. Ey, kann das dann, dass Maxtome auch nur so ein deutsches Ding ist? Ist glaube ich deutsch, oder? Gibt's das überhaupt noch? Ist das nicht sogar ein Teil von der ProSieben Group? Join GmbH, also. Join ist ja, glaube ich, Teil davon. Ja, aber, aber wo wir von Karte hier gerade reden, die Tage müsste ja meine Holzkarte ankommen, da bin ich übel Hype drauf. Meine Holzbankkarte. Ey, ich schwöre, also wirklich, Janik sammelt Bank- und Kreditkarten, als wäre das irgendwie so ein, so ein, das stimmt aber nicht so, weil, aber Janik, so ein, Janik ist jetzt einiges voraus, Janik kompensiert jetzt seinen jährlichen CO2-Ausstoß. Ja, beziehungsweise monatlich, genau. Ja, kompensiert monatlich seinen jährlichen CO2-Ausstoß. Nein. Warte, was? Ja, ich bezahle quasi, ja, für mein Konto, Geld, und von diesem Geld wird dann halt der Durchschnitt CO2-Verbrauch eines deutschen Bürgers 11,5 Tonnen, glaube ich, 11,5 Tonnen CO2 monatlich ausgeglichen. Also, nee, 11,3 pro Jahr. 11,3 Tonnen CO2 pro Jahr. 11,3 Tonnen CO2 pro Jahr. Und quasi dann einfach, äh, Ich glaube, das wird durch Bäume ausgeglichen. Ja, durch so Klimaprojekte wird das halt, da kannst du auch auf der Seite von denen nachgucken und dadurch, durch das Pflanzen von Bäumen und Unterstützen von anderen Projekten wird halt quasi das, was du normalerweise, also im Durchschnitt als Deutscher verbrauchst, also produzierst an CO2 halt ausgeglichen. Aber, aber die Sache ist, sodass man halt neutral lebt. Was du, was du im Jahr ausstößt, wird monatlich kompensiert. Nein, es wird, es wird, nein, es wird schon das. Ah, ja. Ich hab schon gedacht, der Janik hat quasi für 11 Leute den, ich hätte dich einladen müssen. Dann hätten wir doppelt reduziert. Ja, aber der, und der Nebeneffekt davon ist halt, dass man, äh, eine, eine Hölzer, eine, Karte kriegt. Und ich hab ja auch dafür ein anderes Konto aufgelöst. Welches hast du denn aufgelöst? In einer Bank, wo ich jetzt weg? ING. Schmutz. Hab ich aufgelöst. So, dann bin ich jetzt trotzdem immer nur noch bei zwei Banken. Und das, finde ich, ist ja auch irgendwo noch legitim. Hm. Bei zwei Banken zu sein. Ich bin ja jetzt auch bei, äh, vier gerade. Wobei ich in Zukunft auch noch auf zwei Banken bin. Ja, siehst du, guck mal, da musst du eher, musst du eher, musst du eher Tobi flamen und nicht mich. Ja, die. Ich hab doch nicht gesagt, ich hab, das war kein Flame, sondern, ja, ja, ja. Das war eine negative Feststellung, dass du Zivile Bankkarten hast. Äh, die Kronbacher Kreditkarte ist ja nicht mal aktiv. Die ist ja nur für Flex. Die hab ich nur als Souvenir geholt. Ja. Ja. Die funktioniert ja nicht mal. Das ist ja nur ein Ausstellungsstück. Äh, im Märchen, du bist einfach so ein Räuber und willst Janik ausrauben und dann stehst du da so vor seinem, welche von den zehn Kreditkarten nehme ich jetzt? Nachtisch oder so. Ja, ja, und dann bist du halt wirklich so, nehm ich jetzt alle mit oder nehm ich jetzt nur eine und welche dann? Ja, dann musst du sich nur den Podcast anhören und weiß er, welche er mitnehmen muss. Ja, der hat Schlusszeit, ne. Ja. Das, das denkt sich auch der Dieb. Ja, bestimmt hat der Janik jetzt hier einfach so ein Podcast. Oder regelmäßig über seine Kreditkarten erzählen. Einfach mal kurz den Namen googeln und dann. Das ist, das ist, äh, hier die, die Abo-Falle von uns, weil, ähm, wir legen ja alle unsere persönlichen Daten und dann durch 69 Folgen durchhören. So läuft das. Und da wir ja in Zukunft auch Geld nehmen, ne, damit uns dann auch keiner mehr hört. Ach ja, stimmt, wir machen jetzt übrigens noch alle zwei Wochen, aber dafür kostet jede Folge 10 Euro. Natürlich. Auf, äh, Fansly. Insgesamt 10 Euro, ne. Auf den neuen Onlyfans-Alterdeal. Könnt ihr uns abonnieren und dann... Ja, das ist auch so wild, dass, äh, Onlyfans jetzt einfach quasi die ganze, äh, Pornografie-Sektion rauswirft. Im bisher, glaube ich, nicht die ganze... Ich fahre auch selber wieder ab. Ja, nein, nur so ganz harten Stuff, glaube ich, aber... Oh, das, was er nicht supportet hat. Generell, generell nehmen die, glaube ich, alle, ähm, pornografischen Inhalte raus. Aber du darfst halt quasi noch so Nudes verkaufen, I guess. Wo das halt nicht unter Pornografie für dich fällt. Spannende Nummer. Äh, ich hab... Ich meine, die müssen sich ja im Endeffekt daran halten, was Mastercard und, und Visa sagen, ne? Ja, ist... So deren Zahlungspartner halt. Aber gut, trotzdem. Damit machen die sich halt so obsolet mehr oder weniger, ne? Viel werden die dann nicht mehr verdienen. Gibt natürlich schon, wie wir ja auch schon mal besprochen hatten, einige Leute, die das quasi anders nutzen, aber das ist ja wohl nicht deren Haupteinkunft. Nein, 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 nein. Also die werden der Umsatzeinbuße noch und nöcher haben. Obwohl, ich glaube, ähm, ich glaube eigentlich, der größte Teil auf Onlyfans ist aber auch nicht pornografisch, quasi nach deren Definition, sondern, äh, zum Beispiel Kröderkopf zählt ja auch nicht dazu. Und über solche Leute nehmt ihr halt Aktfotografie. Genau. Das ist alles für die Gunst. Äh, deswegen, vielleicht schaffen die sich auch nicht richtig selber ab, aber ich find's halt irgendwie total dumm. Feiert, der kann ja gar nicht. Ja, das sind doch schöne, traurige Worte. Hm. Ich hab aber auch irgendwo gelesen, dass die, ähm, dass das auch was mit Investoren zu tun hat, also, und nicht nur mit, äh, mit Visa und Mastercard und sowas. Ähm, und dass die halt irgendwie Probleme haben, Investoren zu finden, aber da frage ich mich, ey, ich würd doch halt auch in, also, wenn man mich fragen will, so, ey, willst du da so reininvestieren, weil ich auch so direkt Onlyfans, ja, kannst du dir mal sagen, du würdest da dir ein bisschen Zuschuss geben. Genau. Dann kriegen die 100 Euro im Monat und können sich wieder über Wasser halten. Ja. Könnte sich rentieren. Ja. Spannend. Ähm, wollen wir heute eigentlich mal wirklich unter einer Stunde bleiben? Da musst du dich ja bezahlen. Können wir machen, ja, da haben wir jetzt gerade eben noch die Chance. Cool, ja, dann hau mal raus, mach mal, mach mal Eminem. Vielen, vielen, vielen Dank, äh, für's Zuhörung von unserer 69. Folge von, äh, Nice. von Diagnose Heid hier. Ähm, falls ihr auf YouTube, was ihr gerade alles guckt, dann, äh, gebt doch mal einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, ähm, was, was ihr von, von Onlyfans haltet, was ihr von Publis Kopfschmuck haltet. Äh, ansonsten, folgt uns auf, äh, all sozialen Medien, überall, wo wir verfügbar sind, einfach in der Infobox nachschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in zwei Wochen wieder mit der, äh, Urlaubs-Recap-Folge. Folge 70. Bis dann, gehabt euch gut. Euer Newstime. Tschüss. 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 Tschau, tschau. Tschüss.